Untertitelung des ZDF, 2020 Wozu er fähig ist Mir wurde gesagt, es wäre vielleicht möglich, ihr Boot zu mieten. Wir müssen flussaufwärts. Wohin? Nach Birma. Birma ist Kriegsgebiet. Den Salween River hoch ist unsere beste Alternative. Ich kann euch nicht helfen. Bitte. Das wird helfen, das Leben der Menschen dort zu ändern. Nehmt ihr irgendwelche Waffen mit? Natürlich nicht. Dann werdet ihr gar nichts ändern. Was ist passiert? Das weiß keiner. Du hast erkannt, wer du bist und woraus du gemacht bist. Das sind sie ja mäßige Pobras oder gewünschte Pobras. Das ist keine König-Pobra und keine Spei-Pobra. Krieg hast du im Blut. Wenn man dich dazu zwingt. Es töten so einfach wie Atmen. Lebe für nichts oder stirb für etwas. Du entscheidest.